Jo Leute, was genau was ist? Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe ein ganz special limited Video. Hallo. Let's go. Ich habe angezogen und ihr wisst Bescheid. So Freunde, wir haben jetzt 22.15 Uhr, Koffer ist geparkt und jetzt kann es morgen losgehen. Ich merke mich morgen, wenn ich wach bin, Friends. Bye bye. Guten Morgen. Nein, scheiße. Das wollte ich gar nicht drücken. Wir haben 6.12 Uhr. Ich bin jetzt wach. Meine Sachen sind geparkt. Ich habe 45 Minuten Zeit, mich zeitig zu machen. Und ich nehme was jetzt mit. Das ziehe ich an. Let's go. So meine Lieben, ich bin jetzt fertig angezogen. Ich habe einfach so ein Chillout für dran. Weil ja, ich muss ja sofort anfliegen. Ich nehme auch wirklich einen kleinen Koffer mit, weil ich werde jetzt kein Luggage abgeben, sondern auf dem Rückzug eher, wenn ich richtig für shoppen gehe. Genau. Und wir fahren jetzt auch los. Wir haben jetzt 37 und wir fahren jetzt los. Let's go. So Freunde. So, ich bin jetzt am Flughafen angekommen. Ähm, Sachen dabei. Ich gehe jetzt zu meinem Gate. Und dann geht es schon los nach Frankfurt. Wie ihr alle wisst, ich habe extreme Flugangst. Ich habe jetzt schon mega Angst. Ich bin ja auch alleine unterwegs. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kriege jetzt schon ebel Panik. Keine Ahnung. Bei jeder Bewegung kriege ich ja wirklich Panik. Naja. Es geht jetzt leicht los. Oh mein Gott. Leute, ich werde meinen Gesichtsausdruck filmen, wenn ich starte. Leute, dieser Moment, wenn keiner Verspätung hat, außer mein Flug nach Frankfurt. Geil. Oh mein Gott. So wird jetzt los. So. 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 Nach dem Flug ist ein Gepäck, wenn wir öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gepäckstücke, chronisches Gerät, Stowagement during the flight, make sure the items is damaged, becomes overheated or begins to smoke during a stay on board, it is very important, that you contact the crew member immediately. Bitte sehr, guten Appetit! Mit mir sollte man nicht fliegen, gleich noch acht Stunden nach New York. Leute, man mit mir fliegt echt verarschgutze. Okay, ich mach mir jetzt meine Portfolio rein und bitte einfach meine Reaction an, das ist so zu wischig. Puh, ich dachte mir schon so was. Das ist klar. Das ist klar. Das ist super. Wie gehts? Lenz, mein Herz, mein verficktes Herz, schon da richtig rollen. Ah, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Das wird eine harte Landung. Oh, mein Herz. Leute, die Schlauhe. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz.